Hallo liebe Leute, hier sind wir bei einer Runde Survival Games auf dem netten Server Hive mit dem Gigi87, dem Schaf, mit dem Schwein, Mielci, Hadil, und mir, der Kuh, dem Dark King 2000. Ja, wir spielen die Maps Survival Games 6 und ja. So, let's start. Let's start around. Ich will coole Kuh töten, ich sehe nicht, wo der ist, ich habe keinen Optifine. Wolltest du, dass ich dein Teampartner sein? Ja, cool, cool, der hat den, der hat den, der hat den, der hat den, äh, dener Skin. Achso, den, okay, den kille ich den gleich. 5, 4, 3, 2, 1, go. Au. Oh Gott, hat meiner die Holzaxe, äh, die Steineaxe gesnackt. Lauf, der macht sofort eine Amok am Spuren. Ja, macht er auch schon. Weil er da ein Lappen ist. Oh, sieh mir. Ben, hast du ein Dier oder sowas? Ja, ich bin gar nicht in meiner Truhe, waren die ja drin. Achso, den hab ich jetzt nicht. Ja, gut. Es ist mir mal sagen, es soll welche Trudeln nimmst. Hauptsache, irgendeiner von uns hat den. Genau. Ach, du standest, ich hab gar nicht gesehen, wo du standest. Ich auch nicht. Du standest. Na ja, läuft. Scheiße, die euch versetzt. Jetzt echt. Ich ist einer mit Eisenbuspanzer. Lauf einfach. Steinschwert. Komm, lauf einfach. Lauf. Ja, ich hab nur zwei Herzen. Ja, komm, lauf. Da, das ist viel. Lauf. Lauf. Lauf einfach. Was ich jetzt? Ich bin trotzdem mit Steinschwert. Komm, lauf einfach. Noch einer mit Steinschwert. Oh, das ist kein Herz noch. Komm, 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 das schaffst du. Wir glauben an dich. Tun wir das. Jetzt hat er mich. Oh nein, komm, du darfst nicht aufgeben. 31 Points gelöst. Du darfst nicht aufgeben. Yes! 1228 Punkte nur noch. Wieso sagst du yes, weil die 31 Points gelöst hat, oder was? Nein, wer hat das? Nein, Ben soll ja. Die meisten Punkte haben es mir egal. Cool, cool hat gerade gesnackt. Wof, er hinter dir? Pass auf, lauf! Weil, 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 konnte der entschlagen. Hinter dir eine mit Steinschwert zwei Meter. Was nennt man Nodos? Oder Konnussgeherrn? Hacken, genau, ja, das, äh. Wecker, damit kann man ja nicht sein. Jetzt, die sind alle an dir vorbeigelaufen, dass das bemerkt. Nö. Rechtsan dir vorbeigelaufen, die an dir scheiß drauf. Yolo, scheiß drauf. Ich hab richtig geiler Rüß, sehr aber kein Schwert. Ich hab auch kein Schwert. Komm, 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 Yolo, komm, alles. Der kriegt, der kriegt, der kriegt, der kriegt ja hier richtig. Der kriegt ja hier richtig. Der kriegt ja so ein, 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 dreimal Hochschieter. Manche, manche sind so möglich, so gerecht und machen mit einem Team. Manche sind aber dann auch wieder... Also immer geil, also immer geil, also immer geil, also immer geil, immer geil, immer geil. Ja, 6, 28 Punkte. Hat den dir gegeben. Hast du jetzt, hast du den Teamkameraden gekillt? Ja, komm, sei man mal... Jo, das ist noch eine gestorben, Fallschaden. Apro, pro Kamerad, schwein. Ein bisschen Ben Stein muss auch immer sein. Hofer, du hast da nicht ein Steinschüt und sowas alles. Das hast du mit dem Locken gestorben. Ach so, ja, den hab ich, den hab ich gekillt. Ich weiß. Hofer, ja. Ich brauch auch irgendwann mal Sachen. Ich hab nämlich kein Schwert. Ja, der kann sich mit dem treffen. Der kommt groß. Also ich hab jetzt kompletter Eisenrussi. Geiler Russi. Und bin jetzt, und jetzt, wo bist du? Ich bin irgendwo in so einem Keller. Hofer, spring doch mal runter. Da siehst du auf der Insel, der ist ein Typ. Oh, da war einer. Komm, Yolo, da schaffst du. Der Vater, der Vater. Was auf, der ist jetzt knapp, der ist hier. Komm, da schaffst du. Ich glaub an dich. Auch wenn ich so monoton klinge. Nein. Äh, da hast du ein Tor. Bitte sei voll, bitte sei voll Gott. Oh nein, Mann, hier wach... Ich hab, des geht's. Jetzt rennt der Wichs. Fuck, 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 da sind welche Wasser. In der, der ist eine Hofer. Ja, gerne. Das in welchem Wasser? Nein, bitte nicht. Hinter dir, hinter dir. Gut umdrehen. Schön, das ist blöd, dass Sun Minimal noch nicht draußen ist. Ja, geil, Holzschwert. Oh, nice. Danke, Gott. Und das blöd ist, ob die Fall noch nicht draußen ist. Ich finde das blöd, dass ich über mit gar kein Motto raus spielen kann, weil mein Dings da nicht funktioniert hier. Ja, mein Dings, Dings, da funktioniert auch nicht mehr so. Ach so, Croftenterminal geht ja überhaupt nicht mehr, oder? Nein. Oder geht das noch auf der Version? Du musst jetzt selber Motto ziehen, oder die Updaten-Craftenterminal? Oh Gott, das ist sicher, kommt kompliziert. Oh, ich muss dich. Wie? Als großer oder was? Ja, ich muss ziehen. Komm, Assi, war König. Ja, also hier nochmal. Ne, das wird unsere Videos in die Schauen, aber cool ist es zu uns leid. Ja, wirklich, was eine coolie Kuh. Und da kann man nix machen. Ey, Flyer ist gerade auf dem Schiff, und das gerade rumgeht. Ach so, geil. Cool. Cool, cool, cool. Äh, ich bin jetzt in der Stadt, vielleicht komm ich nicht mehr, kann der mal bitte einmal aus dem Schiff raus. Und da, ob der unsere BDF hört, ob der unsere BDF hört, ob der unsere BDF hört, draußen kämpft die hier gerade gegen einen anderen Typen und braucht etwas Hilfe. Ja, ich brauche keine Hilfe, aber der rennt nur weg. Jetzt habe ich ihm wieder einen mitgegeben. Oh, Flyer in der Kack, nur bis hinten rausgehören, anstatt an der Seite runterzuspringen. Hahaha. Oh Gott, Alter, das sah so ewig aus. Wo seid ihr denn? Ich bin jetzt. Das war Grow Booster hier mit dem Panda. Oh, du hast ihn noch weitergeboostet oder auf? Ja. Haha, hier, da, da ist er vielleicht wäre er irgendwie gegengekommen. Boah. Boa und Always have voltaient bei den R Superman jetzt. Ich habe zu apa never noch. Jetztkiej magically was auf. Was, helfe? Oh, du kleiner Lappen, du. Du kleiner Lappen. Hä? Hä, dieses erste Stäte mich? Oh Gott, Alter. Hey, Ironhул, ja ja, ja ja, 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 ja. das ist da ist es da hat die Reise bei der Anstiegsgruppe ist ein neig ein neid ist was ist jonas und so weiter herkommen hier es bestimmt gar kein das ist das ist zwei auf dem Schiff guck schon wieder schlackig die und es gibt es schlecht es noch geht und er hat sich das sind zwei auf dem Fall und wenn ich nicht weiß gar nicht wo das Stück ist nachher nicht ich kenne mich so gut auf der Map aus wie weiß ich was aus dem sind die Wolken bei mir ständig im Weg das sieht voll Buggy aus ich sehe ich nicht mehr er hatte im Laufe jetzt die ganze Zeit hinterher ich weiß nicht das interessiert Zuschauer nicht es ist nicht so wollte auch ein Flieger in eurem Zimmer haben schreibt in die Kommentare ich schicke euch kostenlos einen zu schön verpackt und ordentlich in Watte gepackt das habe ich schon mal mal ich bin auch beim Schiff Leute ich bin auch beim Schiff da oben sehe ich ein mit kommt das komplette Eisenruss wartet wartet ich komme bei welchem Schiff denn bei so einem brennenden Flyer an auf dem Schiff sind welche bei Arma weil wir bei der Rübe bei Schalke jetzt gleich vorne runter flyer gut bei welchem Schiff seid ihr bei der Gäste ich sag ihnen das mal sagt bei welchem bei welchem Schiff seid ihr die Gäste bei welchem Schiff seid ihr nur Ben kann man bei der letzten das brennende oder das Ufa rechts von dir am Strand ist einer das brennende Nena nein nein das allerletzte ach das allerletzte gut aber wenn er am Strand sein konnte dann werde ich die mir jetzt hoffentlich holen okay die Töte ihn doch der übelte schlechte Rübe warte ich komme von hinten alter jetzt jetzt wird ihr warte ich muss was essen warte Leute jetzt jetzt wird nö der Gäste Flyer jetzt soll aufpassen hä was macht der Bängel denn der läuft als Geld weg oh fuck leck leck Alter hinter dir da ist einer mit Eisenrussi alter fuck der geht mir ordentlich dämpelt hä alter das war ein übelte alter was war das denn für ein Cheater hat er noch eine Art ich krieg die auch kaum ich bin an rechts nimm dir Flyer und hinter dir ich bin erfniert sie Hilfe Flyer und hinter dir ich bin erfniert sie oh fuck oh fuck oh Gott ehm sorry wenn meine Stimme jetzt hoch war aber ähm anstrengend also mal bei Benzer oh mein Gott oh jetzt hab ich wieder 60 FPS oh tolle was denn für ein Hacker ne jetzt aber ohne Mist Scheiße man ich hab nicht mal mehr helfen der hat mich auch ein bisschen doll guck mal sind die hinter mir sind die hinter mir sind die hinter mir einer guck mal guck mal guck mal zu wie der Nils mit gibt alter Gott ne alter jetzt dreh ich um dreh ich um Nein ich hab wenig Herzen ich hab wenig Herzen alter ich will jetzt keinen auf Risk machen hier wie ist es eigentlich mit Flyer und gerade? der kämpft im Wasser hab ich gesehen glaube ich Mann alter der hat eh keine Skills alter die FPS das das findet er bestimmt nicht gut dass du das jetzt so sagst oh jetzt 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 oh jetzt hat er ihm gegeben Flyer und pass auf da kommt der zweite hat er die Suche nach mir aufgegeben hä? guck mal alter wie der das ist doch unnormal wie der ihm mit hat er die Suche nach mir aufgegeben ja geil gut ich werde Flyer und retten alter ich werde ihn retten ich schaff denn nicht diesen übelten Scalogy also ich dann werde ich die Probe suchen also ich würde gerne euch mal eine Frage stellen falls ihr auch schon Windows 8 habt und auch Michael spielt legt das euch auf also bei 1.6.1 auch so bei euch auf den Servern weil bei mir ich hab sonst immer über 100 FPS jetzt schaff ich mal gerade 30 mit Anstrengung das verstehe ich nicht am besten wer bis jetzt schon zugeschaut hat am besten mal irgendwas so wo die ähm High End PC in Kommentare schreiben oder welches Wort sonst wer denn hier schon High End PC na gut das war's mit dieser Runde Leute hey Leute ich lebe aber noch ne ach so seid ihr lappig oder so ich bin doch der Mann ich hab wohl live also am besten alle die jetzt noch bis jetzt schon gucken High End PC in die Kommentare schreiben er hat die Buchstabierung und die bis ich bin gerade danach zugeguckt haben wenn es in Lappen wer soll das denn bringen ich weiß nicht das war aber habe ich davon gehört dass die Community von von Dings die Community von 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 ungespielt Server die hatten immer irgendwie unter jedes Video vollgesporned unter jedes Video ja genau 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 Viva La Ungespielt und dadurch gab es richtig viele oh Gott richtig viele Ausmaßen da jetzt kommt einer Viva La Viva La Viva La Ungespielt das ist irgend so ein weiß ich nicht haben sie erfunden damit haben sie alle Videos von allen möglichen YouTubern vollgespammt vollgesporned und da gab es dann richtig Stress und ähm die Community hat auch nicht mit so viel ähm mit so viel ähm großen Ausmaß Ausmaß Leute hättet ihr Bock auf eine Runde einfach nur eine kleine Runde Trouble in meinem Fall Wieso Viva La Ungespielt Keine Ahnung Leute nur eine kleine abschließende Runde Trouble in meinem Fall dann geh ich auch auf Ja Moment äh ich bin ja aber noch in der Runde und in der Aufnahme also Oh jetzt wär gestorben cool jetzt hab ich einen Bogen Viva La Ungespielt das verstehe ich gar nicht ja das verstehe ich auch nicht aber das ist halt so verfolgen die Kerle mich da oder ja 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 5 Leute ne es sind ja nur zwei gewesen mit LF jetzt ist das Sport Alter ich hab nur 11 FBS guck mal einer was ich muss an Essen Alter und mit Bogen kann ich nicht so nicht ziehen weil als habt ihr gehalten ich hab jetzt ich hab jetzt die Jahre ich hab mit Diamant mit sich auch irgendwo jetzt ist auch meine Art genossen hier die werden wieder geflasht wo er sich erstellt jetzt muss kein Plan LF also Gott hat ein Tier Schwerter Schieder ach denn Gott du fuck los los laufen 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 sie haben im Steinschwert kann ich ihn gegen wir wollen nicht eintreten Alter neun FPS wirklich damit da sonst hätte ich den glaube ich gesnackt aber wenn das so leckte das geht gerade hast denn hier noch 100% ja ich hab neun das verstehe ich nicht ob das an Windows 8 oder so was nicht Adidas schreibt Nils Team ob ich dem trauen soll ja mach und den Killing Kissen wie für ich muss zum Sporn ja aber es sind welche Kacke die wissen das Mann hatte ich guck mal ich brauche noch ein Diamant ein Dia und die haben jetzt fast komplett eisenrussi ja da kann ich nichts machen ich hab kaum ich hab richtig schlechte Russi ich hab ich hab ich hab ich hab ich hab bloß fünfeinhalb Russi Balken oder ist noch einer am Sporn der kämpft jetzt mit dem Adidas Adidas er hat ein Dias Schwert kann man am Arsch flecken der läuft dir entgegen jetzt echt ne er wusste jetzt er hat den Dias Schwert Adidas hat ein Dia Schwert Adidas hat ein Dias Schwert Adidas hat ein Dias Schwert ich weiß dass Adidas ein Dia Schwert was bringt mir das aber ich brauche auch ich brauche noch einen Diamanten Team doch mit ihm und dann snick dir die zusammen ja ich glaube ich bin so dass sie sich durch die Stimme Zerzer 11 trauen werden die Erschwerte der Stärken gestärkt okay ich nicht nicht mehr braucht eine Hilfe Jolo die Oster ist ja also die Runde zu gewinnen die Welt dieser Lage der sehr unmöglich allerdings die Beide nicht getroffen ja da war das ist ich glaube das ist die größte BVB so jetzt komme ich hier viel Spaß aber jetzt ist er grüßt aber scheiße jetzt werde ich hier er hat auch treibt an ich werde selber angegriffen er hat das war das sind gut gehält die Hälfte geholt mehr ich habe ihn wenig ein bisschen Vorsprung verschaffen die Arbeiter das war die Stimmungen ja okay dass er gehört werden müssen jetzt nicht aus wie man Leute also Nein, lass doch die bis zu Ende gucken. Den können wir noch... Ach ja, egal. Wenn du meint. Ach, ich scheiß drauf. Ja, genau. Das war's dann mit unserer Runde. Unsere kleinen Runde. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.